Hallo Leute, ich bin gerade extrem überwältigt von der Schönheit dieser Gegend. Zufällig lag ein von mir markierter Punkt, wo ich unbedingt mal hin wollte, weil ich das irgendwo in einem Facebook-Post gesehen habe von jemandem, der gesagt hat, da ist schön und Bilder waren schön und ich habe mir das markiert. Lag zufällig auf dem Weg und da sind wir dann rausgefahren, kurz vorher über so eine App, Park4night, einen schönen Platz gesucht. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Und ganz in der Nähe war diese Schlucht und dachte ich mir, am nächsten Tag fahre ich doch mal durch diese Schlucht jetzt durch. Kleiner Umweg wieder. Ja, und es war wirklich fantastisch. Leider hatte ich da die GoPro noch nicht aufgebaut und nichts zur Hand, um die Fahrt aufzunehmen. Bin ein, zwei Mal stehen geblieben, habe Fotos gemacht, hätte man aber noch viel mehr machen können. Am Ende der Schlucht habe ich ein kleines Filmchen gemacht, das zeige ich jetzt. Ich bin gerade extrem überwältigt von der Schönheit dieser Gegend. Ich bin hier irgendwo in Frankreich an so einer Schlucht, die heißt Gorge du Tharen, Schlucht von Tharen oder sowas. Und es ist so wunderschön hier. Wahnsinn, also ich bin gerade diese ganze Schlucht da entlang gefahren und ja, ich komme aus dem Staunen gar nicht raus. Ich zeige euch das mal so ein bisschen hier am Ende. Ist das geil? Da gab es auf der anderen Seite der Schlucht so ein kleines Dörfchen, Häuser auf dem Felsen, in den Felsen reingebaut und da führte dann so eine Seilbahn rüber. Wahnsinn. Da war so eine schöne Burg und von der aus hätte man einen super Blick in diese Schlucht gehabt, da wollte ich dann hochfahren. War leider auf dem letzten Stück der Weg durch Fahrt versperrt, also verboten und ja, war aber auch schön. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.